Kugelfisch Mag Wasser nicht Da Da kommen wir nicht vorbei, okay, na gut, dann gucken wir ihm da mal rein Schon wieder so ein Ja Oh, ein Herzcontainer, sehr schön Und ein Shop Stellt Gesunde wieder her, das Ding brauchen wir auf jeden Fall Nochmal, geht nicht, schade Ich will noch nicht zurück, was, warum, wie jetzt, warum zurück, hä? Ich brauche einen Schlüssel, aber okay, ich muss wahrscheinlich in ein anderes Level Ich muss wahrscheinlich nochmal ins erste Level Also ins, ja Moment, was ist da? Kann ich hier speichern? Ja Hast du diese hässliche Echse gesehen? Nö, Retro-Passwort, hier, danke Juhu Ich hoffe ja, dass es mit den Speichern funktioniert Sonst bin ich echt ein bisschen Ja, ich weiß nicht, na egal, komm, wir gehen Moment, Moment Was hat es mit dieser Wahrscheinlich kann ich da später irgendwas Tolles machen Irgendwas ganz, was Tolles Kann die Maus vielleicht Ui Ne, die kann nicht, nicht schwimmen Warum, dass die alle nicht schwimmen können Hm Ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt sinnvoll ist, was ich hier jetzt mache Aber ich gehe nochmal durch das ganze erste Level durch Weil egal, ja Ach nee, ich muss ja da den ganzen Weg dann wieder zurück Okay Ist das eine kluge Idee? Wahrscheinlich nicht Das sind noch keine Karo-Dinger Ja, toll Ich glaube, das war jetzt ein großer Fehler Ich werde da jetzt nicht mal durchkommen Ja, weil ich kann Am failen bin, ich sehe da schon kommen Weil ich hier das Schießen gewohnt war Vom kleinen, süßen Drachen Oder war da hinten War da irgendwo Karo-Must Ich weiß es gar nicht mehr Autsch, verdammt Oh, schön Du, du, du Kann ich da Vielleicht damit Nein Okay, aber hier gibt es definitiv was, wo ich Boah, jetzt ist die Frage War das hier? Muss ich hier durch? Ich will hier Ne, ich will hier ehrlich gesagt gar nicht durch Na toll Wie soll ich das schaffen? Okay, so Mit epischer Genauigkeit des Sprunges Ja Ich brauche einfach einen Buff auf Sprunggenauigkeit plus 5 Dann haut das alles gut hin Wo bekomme ich diesen Buff jetzt her? Man weiß es nicht Na egal Komm, wir gehen da rein Tschüss Ach, jetzt dachte ich mir Ich kann da nicht mehr hoch Das wäre es jetzt gewesen Aber ich könnte nach unten natürlich auch noch Aber nach oben Moment Ach, ich kann hier noch weiter Ich sehe schon Hui Du, 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 du Oh, jetzt sind wir im Glockenturm Hui Äh, nach unten Was ist das? Das ist ja schon wieder ein Händler, oder? Kristallschwert Ja, toll Das brauche ich nicht Ich habe nicht so viel Geld Oh, verdammt Jetzt habe ich einen Wirbelsturm loslassen Das wollte ich gar nicht Ich muss da immer umschalten Auf irgendwas, was ich nicht habe Naja, ich habe alles So, was war da draußen nochmal Schönes zu finden? Auch nicht wirklich was? Ein Pfeil dahin So Nochmal in die Wüste Ich glaube ja nicht, dass ich, ähm Ich könnte, weißt du was? Ich probiere jetzt hier mal ins Wasser runter zu kommen Ja, mit dem Wirbelsturm müsste das ja gehen Weil der kann nach unten schießen Du, 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 du Verdammt Oh, schön, Herz So, was ist hier? Nein Ihr, ihr fiesen Gegner Ja, ich weiß, mein Schwert Mein Schwert ist kurz Doch mein Herz ist stark Und das Na super Das behebt Also das Das ist natürlich Wichtiger als wie Die Kürze des Schwerts Äh, des Schwertes Ist wichtiger als die Ne Ich, ich habe es für geil Das wäre toll Also Autor Buchautor wäre ich glaube ich kein guter Naja So Nein Tschüss Mann Und wir gucken da rein Nein, nicht wieder raus Alter, was ist Das war jetzt doof So Okay, da bringt Das bringt nichts Da brauchen wir gar nicht gucken Gucken Oh, schön Leuchtefisch Mit Leuchtekugel vorne dran So ein toller Fisch So, schauen wir mal Was uns das bringt Da herunten Ob wir hier irgendwo Was tolles machen können Wahrscheinlich nicht Ja, vielleicht doch Wer weiß, wer weiß Oh, schön Du, 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 du Hui So, da könnten wir wieder nach oben Wollen wir aber natürlich auch nicht Weil ich will da einfach Alter, ich will da nur durch Nur durch will ich da Einfach nur schauen Weil vielleicht ist hier irgendwo Was tolles zu finden Was uns noch gefehlt hat So, dann müssen wir Ne, war auch nur War auch mit einem Down Da bin ich sehr froh Autsch Du stirb Danke Nein, verdammt Was ist los mit dir? Alle treffen mich Zum Glück habe ich ja Eine gute Rüstung Ja, weil ich so brav Im Sammeln von Münzen bin Denn nicht nach oben Das wollte ich gar nicht Ich wollte da hier unten durch Ja, du komischer Fisch Das ist mir eigentlich Du nervst eigentlich Macht seltsame Geräusche Der Fisch Irgendwie sieht das alles gleich aus Wiederholt sich das jetzt hundertmal? Ne, hier ist eine Tür Genau da will ich rein So, und was bringt mir die Tür? Eine Kiste Münzen Na ja, warum nicht? Und ein paar Flammen Upgrades Und ein Geldsack Und oh, da kommt der Oh, da kommt der So ein Trank Der ist gut Gut, okay Ja, es war jetzt nicht schlecht Aber es war halt jetzt auch nicht die Lösung Meiner Probleme Nein Ich glaube, wir könnten nochmal nehmen Dschungel sind wir ja Waren wir ja am Ende Oder? Gab es da noch was? So, jetzt kommen wir schnell wieder aus diesem Wasser raus Das nervt das Wasser Hui Hui Sehr schön Oh Ah, verdammt Ich hab ein Schild Ich muss das mir merken Das müsste eigentlich gegen die Flammen gehen Ja Gut Ja, das war jetzt doof Aber ich hab doch ein Schild Alter Ja Was? Warum? Nervt nicht Ah, ein Wirbelstamm Schön, schön Zack Oh, ein großes Herz Wunderbar Der ist wieder komplett aufgefüllt Und gleich in den nächsten Gegner reingelaufen Damit das Ganze Komplett aufgefüllt wieder weg ist Natürlich Ich bin ja gut Ich bin ja Cloud Ne Franz Ich bin ja Franz Nein, nicht da rein So Rüber da Und schnell weiter Pen LEGO Cooler Sound Oh, wir haben Ja, wir haben ein bisschen Geld haben wir wieder Aber wir müssen Taumende von Münzen bekommen, weil Ja, aber das mach ich eigentlich, hab keine Ahnung Weil wir müssen uns natürlich alles kaufen, was wir uns so kaufen können. Ganz klar. Weil ich will das Inventar voll haben. So. Sollen wir in die andere Richtung kommen? Wir können es ja mal probieren. Weil es egal ist, oder? Probieren wir mal. Wahrscheinlich werde ich dort echt sterben. Ich sehe das schon kommen. Aber es ist jetzt für mich die einzige Chance, die ich sehe, wo ich hier noch weiter kann. Und ich habe echt irgendwas... Vielleicht muss ich wirklich ins erste Level machen. Ich habe keine Ahnung. Tut der weh? Weiß nur, dass ich hier ziemlich oft treffen muss. Und dass mein Schwert halt leider nicht wirklich... Nicht wirklich weit schlägt. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Aber schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Vielleicht ist es erst gar richtig. Nur die Frasche, die Nerven jetzt schon. Oh, guck mal, wieder ein Ogre. Da müssen wir dreimal vier... Oder können wir nur viermal treffen. Ob das so gut ist, bin mir nicht sicher. Hat mir der jetzt 10.000 Hertz auf einmal abgezogen? Ich glaube schon, oder? Ach, hey. Oh, ein Flammenteufel. Cool. Ui. Ja, toll. Es ist schön, wenn der unten in der Lava liegt, da wo ich nicht rankomme. Moment. Ich kann abwehren, ja. Sehr schön. Ja, haben wir. Und... Hopp. Und hopp. Was macht der für... Okay, der dreht hier nur so ganz seltsam rum. Oh. Da. Tada. Oder können wir jetzt mit der Maus... Na ja, gut, es ist hier... Ach, hey. Oh. Ein grüner. Ja. Hui. Ähm. Gut. Nein! Genau da drinnen, den Lebenstank, den wir bräuchten. Nein, verdammt. Verdammt. Okay, ich sterbe nicht gleich da drinnen. Gut, zu wissen. Ich treffe den fast, ja. Alter, habe ich nur Schaden über Zeit, wie es aussieht. Natürlich genau zu dem Zeitpunkt, wo... wo das Ding richtig nach oben fliegt. Ja, springe ich natürlich drüber, ist eh klar. Da, wo ist das grüne? Komm. Das grüne Ding. Grünes Ding, wo bist du? Ach, wie lange das hier... Da ist ein grünes Ding. Okay. Wie lange das hier auch ist, ne? Boah, das war knapp. Oder war das einfach nur... Ja, genau. Hau einfach ab, hätte ich gesagt. Ich möchte hier nicht herunten fallen, weil das Problem ist. Moment. Ach so, das ist doof. Und die Richtung... Was brauchen wir denn hier? Flammen wären wahrscheinlich nicht schlecht. Das ist super. So. Wow, nein, nein, nein. Ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch viel zu früh bin. Ich habe Angst. Vor Skeletten mit Hüten. Oder muss ich... Ja, läuft okay. Da habe ich keine Angst, weil ein Skeletten mit Hüten ist. Ist doch nicht so doof. Ich dachte mir, der krepiert da drin, aber natürlich krepiert da nicht. Krepiert da nicht, krepiert da nur ich da drin. So, einmal den da. Oh, Lebenswasser, schön. Ja, so läuft das. Nein, verdammt. Aber das wäre es jetzt gewesen, wenn wir hier jetzt genau nicht raufgekommen wären. Na gut, ich gehe da mal schnell rein. Ach Gott, wo kommen wir da hin? Ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, ja, wir nehmen das alles mit. Das ist schön. Ganz viel Geld. Oh, Blitzfähigkeit. Was ist da drinnen? Drachenkettenpanzer. Ja, Mausling plus 30 Abwehr plus Spezial. Auch Drachen können Modeopfer sein. Ja. Das heißt jetzt plus Spezial. Moment. Da müssen wir rein. Rüst erhöht deine Abwehrpunkte. Plus Spezial. Oh. Ach so, das Spezial-Dings ist jetzt plus Sieg. Moment, ich gucke da noch mal rein. Aber hier geht es offensichtlich wirklich nicht weiter. Nein, da müssen wir... Okay. Ach Gott, ich glaube, wir müssen uns... Sollten uns irgendwo heilen. Jetzt schauen wir mal, wo kommen wir denn da überhaupt? Oh, das könnte ja ein bisschen brennen. Ja, machen wir auch. Meine Wunden versorgt niemand. Ich bin meine eigene Krankenschwester. Ja, wie? Jetzt müssen wir jetzt wirklich... Spiel, willst du... Wirst du das jetzt von mir? Wirst du jetzt von mir, dass ich hier wirklich durchlaufe? Ich... schaff das. Oh, das tut ja gar nicht weh da unten. Das tut ja gar nicht weh. Warum tut das nicht weh? Ich dachte mir, fix ist das... Alter, was? Warum? Warum tut das nicht weh? Okay, ich habe keine Ahnung. Das Spiel ist unlogisch. Das Spiel spielt mit meinen Logikverständnissen. Ich dachte noch, ich kann das sowieso nicht rein, weil das tötet mich mindestens, ja? Oh, was? Ich habe keine Ahnung. Gut, wenn mich das nicht töte, dann ist ja überhaupt kein Thema. Dann ist ja spaßig, ja? Das ist ja lustig, das Level. Hey! Du, 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 du. Ja, und hier, ich fall immer wieder auf den Trick rein, weil ich einfach gut bin. So, die Dinger, die nerven ein bisschen. Ne, diese fliegenden Köpfe, die nerven ein bisschen. Moment, wir hätten einen Tornado oder wir hätten auch Pfeile, aber ich kann auch einfach weiterlaufen. Das wäre auch nicht. Autsch. Das war jetzt doof. Ich bleibe schuld. Warum? Was mache ich? Ich habe keine Ahnung. Weißt du was? Komm. So. Oh, ich bin fast tot. Ich bin tot. Was war denn das jetzt? Stirb. Das war jetzt schlecht. Was mache ich? Warum laufe ich da rein? Ich habe keine Ahnung. Oh nein, das trifft mich. Das trifft mich hart. Oh, die Pfeile, die sind echt... Ich sollte da vielleicht drüberspringen. Die Flammenbälle lassen wir kurz vorbeisausen. Nein. Ich sagte, lassen wir kurz vorbeisausen. Die epische Schmiede der Vergeltung. Nein. Äh. Hui. Ja, toll. Du wirst mich doch verarschen. Nein. Ja, ich bin ja wirklich umsonst. Okay. Darin ändert auch Retro-Modus nix, oder? Nein. Na, super. Ja, ich arbeite jetzt ein bisschen mehr mit Dingens. Okay. Verdammt, ich bin jetzt echt umsonst. Na, super. Na, toll. Kann man das? Ja, klar. Wer hat das Schild ab? Warum verwende ich mich? Ich habe keine Ahnung, warum diese Schilden verwende. So, komm her. Okay, gut. Ich bin jetzt leider umsonst hergelaufen. Es tut mir leid, Leute. Ja, tut mir wirklich sehr leid. Aber was willst du machen? Lass mich einfach in Ruhe erblieben, werfen die Köpfe. Lass mich einfach in Ruhe... Die wollen es echt drauf ansetzen, oder? Diese Köpfe. Ja, offensichtlich wirklich. Der kommt her. Wo ist noch so ein Kopf? Wo ist noch so ein Kopf? So. Schade. Ich wollte doch nur ein Herz. Ich hätte vielleicht wirklich auf die Pfeile einfach hören sollen. Wenn ein Pfeil ist, wo steht, nicht in die Richtung, sondern in die andere. Dann geh auch in die andere. Und lasse ich nicht von springenden Skeletten ablenken. Kann ich da jetzt auch rein? Ja, klar kann ich da auch rein. Warum soll ich da nicht rein können, wenn es vorher auch geht? Das ist aber ganz ehrlich, dass man... Wie soll man da als normale Jump'n'Run-Spieler... Weiß man doch, dass Lavakruben tödlich sind. Ja, wie? Woher soll man das wissen? Verstehe ich nicht. Für was bin ich dann vorher eigentlich da... Wahrscheinlich kann ich nur mit der Maus rein. Ein anderer Charakter werde ich wahrscheinlich sterben, oder? Also muss ich später... Wenn ich mit einem anderen Charakter nochmal hierher muss, wird das der Horror. Glück habe ich jetzt den Horror schon durchgestanden, ja? Dann tut er das nächste Mal gar nicht mehr so gut. So, schaffen wir das mit den Herzen noch irgendwie so? Ja, gut, ich meine. Nein! Aber die ziehe mir erst ein halbes Herz ab. Ja, und ich spring einfach immer rein, weil ich... Was mache ich? Ich habe keine Ahnung. Ich bin echt so schlecht. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Warum? Was tue ich? Alter! Ach, und da füllt er auch nicht ganz auf, okay? Gut. Ich... Erd' das Spiel nie schaffen. Ich sehe das schon kommen. Das... Das wird nichts. Es ist aus. Sorry. Es war ein kurzes Projekt, ja? Es tut mir leid, aber ich werde das Spiel so nicht schaffen. So, wir gehen natürlich in der Lava unten, ist klar. Weil noch können wir ja, als Maus. Oder ist das jetzt... Nee, den Spezial haben wir erst später bekommen. Oder? Ist das jetzt wegen der Rüstung-Moment? Wenn ich jetzt hier eine andere... Elfenbein-Rüstung... Okay. Okay, es liegt an der Rüstung. Es liegt an dem Drachen-Kettenpanzer. Schuppig und die Mund gegen Lava. Ja, steht eigentlich eh da. Was ist mit mir eigentlich... Ich bin so ein Gott. Ja, manchmal, ne. Wo habe ich das Ding bekommen? Hm. Vor allem, wo brauchen wir das jetzt noch? Wollen wir das bekommen? Irgendwo... Ach, im Dschungel, oder? Ja, doch. Im Dschungel haben wir das bekommen. Es ist nur die Frage... Wo muss ich jetzt hin? Verdammt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht. So. Einmal. Ach, natürlich. Natürlich. Nervige Viecher! Nervige Viecher! Hilfe! Dü-dü-dü! Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü! Hey! Hey! Oh! Komm wir da rein! So. Komm wir da raus! Sehr schön! Juuu! Flop! Gut. Wo geht's... Wo könnte man rein? Ja, gehen wir da nochmal in den Brunnen. Da müssen wir dann nochmal... Ja, da kommen wir eh nur zum Strand. Strand. Strand ist doch auch nicht richtig... Oder doch? Nee. Ich komme... Ich komme nicht weiter, Leute. Ist vielleicht Strand doch rechtlich? Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü... Was war da? Da war ja auch ein Level, oder? Was ist da drin? Komm da rein! Achso, da kommen wir da wieder raus. Nein, 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 da noch mal. Wo kamen wir da noch mal hin? Ach ja, da war ja die lustige Kiste, die jetzt leer ist. Was für eine Ausbeute! Beach, Beach? Aber wo haben wir den Schuppendrachenpanzer erhalten? War das eh da vielleicht sogar?